Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von XD Alex Summer. Ich muss wieder von vorne anfangen, weil mein Speicher plötzlich leer war. Mal wieder. Dritter Versuch übrigens. Auf jeden Fall diesen Weg, den wir jetzt hier lang laufen, der ist für mich allgemein sehr creepy, weil ich bin den Weg mal mit Lina gelaufen. Also von XD Alex ist normal, also nur um XD Alex ist. Da haben wir diese Fußspur gefunden. Sagen wir mal. Das war ich. Nein, wir haben noch eine andere Fußspur gefunden. Vor dir. Wenn du dir das Video mal angucken willst, geh auf meinen alten Kanal, dann siehst du es. Ja? Und der Speicherplatz ist leer. Ich kann aber mehr als du aufnehmen. Ich weiß. Drei Minuten. Zwei und drei. Also auf jeden Fall gehen wir den Weg hin lang. Den habe ich mit Lina auch mal gemacht. Alten Kanal gucken. Deswegen sollte ich meine Adidas Superstars nicht anziehen. Haha, die hat ihre Adidas Superstars Schuhe eingezogen und ihre Schuhe sind dreckig. Natürlich wehrt sie solche guten Schuhe an. Ihhh. Ich kann die noch aber sauber machen. Ja und ist doch scheiß drauf. Auf jeden Fall, wir gehen den Weg hier lang. Wir haben hier eine Fußspur gefunden auf dem abenteuerlichen Spaziergang auf meinem alten Kanal. Natürlich XD Alex ist. Und übrigens, Dankeschön, dass du mich abonniert hast. Oha, man kann es sogar zuschneiden bei mir. Als ob. Ja. Der kommt. Na klar. Na klar. Seht ihr, da hinten kommt so ein Trecker. Na klar kommt er hier lang. Ausgerechnet hier lang. Und wir beide gerade ein YouTube-Video machen. Warum? Alter. Hier seht ihr ihn ja gleich nochmal. Ähm, ich glaube, wir sollten ein bisschen weiter gehen. Lücken. Also, hoffentlich habt ihr ihn jetzt gesehen. Ich muss mir das nochmal angucken. Und vielleicht, wenn ich es kann, zuschneiden. Hahaha. Da ist noch ein Pferd. Das sind Pferde. Oh. Guck mal, wie süß die beiden sind. Die sind voll sweet. Voll süß, ne? Auf jeden Fall, wir gehen den Weg hier lang. Da. So. Der Weg. Der ist für mich allgemein wirklich sehr, 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 sehr creepy. Und ihr könnt mir auf Musical.ly folgen. Und ihr könnt mir auf Musical.ly folgen. Natürlich. Und auf Instagram. Und auf Instagram. Wie heißt das ja schon? Samantha--de-metas. Das schreibt sie euch nochmal in die Infobox. Ja, das mache ich. Und auf Musical.ly, das habe ich jetzt auch vergessen, das schreibe ich euch aber auch noch in die Infobox Max 6.1 Also auf Musical.ly, wenn ihr Musical.ly habt. Auf jeden Fall, wir gehen den Weg entlang und ich werde euch gleich noch mal berichten, wann wir zurückgehen und weil ich richtig Angst hatte. Auf jeden Fall, das wäre jetzt für mich eine Challenge. Weil ich habe Schiss, diesen Weg entlang zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich beobachtet werde von irgendeinem Massenmörder wie Tiki Tobi. Alter, das muss ich euch jetzt mal zeigen, was sie gerade gemacht hat. Ich hab den Depp gemacht. Sie hat so den Depp gemacht, so richtig cool. Alles klar. Alles klar. Alles klar, sag ich nur. Also ich kann kein Musical.ly haben, weil ich kein Internet dafür habe. Ich kann länger aufnehmen als du. Ja. Wie wollen wir hier rüberkommen? Natürlich so, wie man da rüber geht. Einfach so rübersteigen vielleicht. Alter. Es geht so schlecht mit Adidas-Supasta aus. Wer kennt es noch? Er hat weiße Adidas-Supasta. Und dann kann es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wer hat weiße Adidas-Schuhe mit diesen komischen pinken Stiefelstreifen da? Und geht den Matsch damit auszusehen rum? Obwohl man weiß, dass man die nicht anziehen darf, wenn man eine Matsch ist. Warum tut man das? Auf jeden Fall, der Weg ist... Das Lied, was ihr da gerade gehört habt... Und, warte, warte! Könnt ihr shuffeln? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr shuffeln könnt, dann schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Weil ich kann selber shuffeln, aber Dida kannst... Die... Ähm... Seht ihr auf einem Musical.ly von mir? Seht ihr auf einem Musical.ly von ihr? Definitiv. Weil ich das Musical.ly kenne. Und warum kann man shuffeln? Ja, auf jeden Fall. Eine Frage. Ich sage gleich nochmal Bescheid, wenn wir zurückgehen. Und ja. Dann will es... Möchte die andere YouTuberin euch nochmal was zeigen. Was? Sagen. Was? Du wolltest gerade irgendwas sagen. Nein. Du hast gerade gesagt, eine Frage. Keine Frage. Scheiß drauf. Egal. Wir sehen uns gleich wieder. Ich sage euch Bescheid, wenn wir beide zurückgehen. Weil es für uns beide zu creepy wird. Also nicht wundern, wenn ich diese Jacke hier aus habe. Weil mir warm ist. Weil mir ist gerade so warm geworden. Auf jeden Fall. Ich sage euch gleich Bescheid. Tschüss. Wie wird es gerade zu viel? Ja, wir... Also wir gehen jetzt... Ihhh. Also wir gehen jetzt langsam wieder zurück. Weil es im Moment Angst vor Mücken hat. Hab ich nicht. Hast du Ihhh wohl? Okay, jetzt wird die schon wieder abgestochen. Wir haben gerade was ges... Ich habe gerade was gespürt, was nicht in Ordnung ist. Was denn? Okay, langsam spüre ich es auch. Ey, wenn ihr hinter euch...